das finde ich ausgesprochen schade ja ich war normal oder kam neue ich habe keine ahnung was wollen spieleinstellung anpassen was jetzt ja ja ich werde euch jetzt wahrscheinlich wohl oder allein lassen was was wieso das da kann ich morgen früh um sechs hoch muss ja auch ich auch nicht ich muss also ich muss um 5 40 aufstehen muss erstmal unterbieten folgewechsel will immer eine folge hier wollen wir jerusalem moskau tokio marseille ist halt muss kaufen das finde ich ein bisschen finde ich ein bisschen und jerusalem ist aber auch nichts neues dazu gekommen oder hirnchirurgie spaziergang am toten meer in dem hirnchirurgie und jetzt bin ich auch eine latina ach so dann müssen wir glaube ich den spielmodus komplett wechseln weil dann kann niemand dazu joinen weil private lobby also haben wir ein mpc richtig also nehmen wir wo ob kampagne online öffentlich also wenn ihr jemand aus dem stream noch joinen möchte ja dann jetzt jetzt wir hatten was haben gesagt jerusalem und hirnchirurgie haben wir gesagt chirurgie also wenn sich irgendjemand berufen fühlt jetzt hier und jetzt noch so zu joinen ich komme wieder dazu in chirurgie ist voll mein dinge kommen direkt wieder dazu alles klar aber dann noch viel spaß gut sich job noch und rasen mähen oder was bei einer böckerei meine ich wo kann ich mal aussehen ja auch so runter wieso bist du jetzt beim aussehen bei mir startet die folge gerade wenn auch hier jetzt startet jerusalem startet bei mir gerade hirnchirurgie ja wir sind mitten ach wir sind mitten rein wir sind wir sind gejointed in eine aber ich bin mit ganz anderen das macht überhaupt keinen sinn jetzt das ist quatsch noch gar nicht da wissen was ist passiert ich bin aus irgendeinem grunde einem anderen spiel war getreten ich weiß aber nicht warum warte mal wir müssten auch gleich auftauchen entspanne ich mein nein nein ich war in einem anderen spiel mit anderen spielern ihr müsst das spiel wieder verlassen ich bin noch im ladescreen alles gut ich habe es automatisch verlassen ich bin gar nicht jetzt in mir gespannt jetzt bin ich auch raus genau folge jerusalem die hirnchirurgie cycling toast und und an der fange ich warte momentan auf euch und es ist noch ein slot offen für jemand anderes aber ich kann das nirgendwo wählen also lucy job noch woanders ach so alles klar das stelle ich es nicht ich bin jetzt in der lobby wieder du müsstest auch in der lobby drin sein ich bin nicht in der lobby sondern nur so mehr spieler sammlung einstellung beenden ja jetzt jetzt bin ich in der lobby jetzt bist du in der lobby sehr gut uns hat jemand uns ist jemand beigetreten der schiff uino 07 heißt an der fanger müsste noch auf ok gehen schon lange fertig und dann gehe ich auch und dann sollte das jetzt auch klappen geil zehn zuschauer alter schwede und dann mag ich jetzt nicht mehr reden jetzt werde ich schüchtern naja genau oh geh los jetzt schon wieder straight drin wir fuino dina an der fanger alter oh gott ich denke dina wird gleich ersetzt durch ja ich bin noch im ladenspiel ja das sehe ich verteidige das haus dann verteidigen wir doch mal was das zeug ist auch nein jetzt crash das game nicht oder allein das wort launch code finde ich schon launch code launch code interagieren ich interagiere ok wir können aus dem haus raus ich fühle mal ein bisschen c4 nach weil es gerade so gut geht wir müssen nach unten ja ich bin ja und hier so ist so eine tür und da müssen wir so durch glaube ich wieso hat der schon sondern so eine geile sturm schrotflinte und ich renne hier aber noch weil er einen schritt schneller weil sich da wo ich gejoint bin klagt dass die das würde auch eigentlich alle wissen dass ich der beste bin für die sturm schrotflinte ja wir machen deswegen wir bemühen uns ja schon immer extra schlechtes spiel für dich ja damit sogar ich mitkomme geil wohl 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 hätte ich eine sturm schrotflinte gehabt wer da schon längst tot das weiß ich doch ich glaube ich glaube ich bin da laufen die da alle hier rum was macht ihr die ganze zeit verdammte axt hätten müssen wir hin ich bringe meine tür wir sind irgendwie ganz schön weit weg von dir inzwischen das schön dass du den bisschen zeit lässt ich meine man muss auch mal so ein bisschen entschleunigen im alltag ich bin im corona modus das leben diese aktentasche da wusste er nicht schon in der schwerste schnell erkennt das spiel und auswendig ja ich glaube auch das ist so quasi quasi der der kann da von world war z grömer jetzt würde das kreiber musst du nicht unbedingt sprengen wir kannst auch einfach so töten wie das der mir noch ansteckt hier mit was auch immer er hat ja easy aber auch ein bisschen wieder her viele leute kann das gar nicht geben und das ist total egal an der stelle Was habe ich jetzt eigentlich für ein Gewicht? Satellite Link, da oben müssen wir hin. Over there. Müssen wir hier durch? Hä? Der ist schon wieder da hinten? Ihr kennt die Wege echt. Ich glaube, das stimmt hier irgendwo längs. Ich komme hier gar nicht irgendwo rüber, wo seid ihr da drüber gesprungen? Hier runter hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Ja ohne. Ich versuche selbstständig zurückzukommen. Ich bin jetzt bei ihm hier. Ohne euch komme ich besser klar. Das ist gut. Ja schön. Das ist doch... Oh, guck mal hier. Revolver Secondary. Wow, was? Ich bin infiziert, ich bin infiziert. Hey, wie kommt der hier rein? Hallo. Ja, hier sind über die Fenster und Tür laufen. Ich habe ja nicht wieder zugemacht, die wir durchgelaufen sind. Hey, da sind wir nicht durchgelaufen, sondern wir haben daraus gewartet, dass du endlich mal reinkommst. Ja, ich bin doch schon längst durch die Seitenkrieche gewesen. Ja, ist klar. Hast du gar nicht durch. Hallo? Noch ein so Ding, ne? Und die Liebe hinkt. So nach oben, ne? Ich glaube, wir müssen wir nicht zu dem Dr. Green geholt, oder was? Ja. In seinem komischen Glasgefängnis hier. Pink Shui ist schon längst da. Oder wer heißt es? Die Gau. Die Union. Wow. Wow. Ja, das war das, wo das nachher so richtig passiert wird, aber... Jeder Level ist irgendwie nachher... Also ich bin ich... Hey, welchen Level ich richtig... Also ich finde es, wo du nachher die Gates verteidigen musst. Na ja. Oh mein Gott. Leute, wir haben es jetzt. End? Ist das so? Wäre mir ohneweg nicht aufgefallen. Ja, ist ja gut, dass ich das gesagt habe. So ist der Sack. Wo ist der Screamer? Oh, ey. Hat denn jemand weggemacht? Okay. Oh. 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 Oh, die Panze. Oh. Oh, die Panze. Die Panze. Die Panze. Ich würde jetzt gerne einfach nur in den Hubschrauber und weg. Der steht doch da. Warum können wir da nicht hin eliminieren? Wir müssen da hinten hin, die man den Hubschrauber Blatt. Nein. Wieso sind die schon beim Hubschrauber? Ja, die sind schon beim Hubschrauber. Ja, die sind schon beim Hubschrauber. Aber die Tür geht das jetzt nicht auf. Oh, Gott. Wir werden alle sterben. Und das wird so lustig. Kein Problem, ich habe die Gastank getroffen. Wo ist Toasty? Toasty ist gerade abgestürzt, meine ich. Genau. Und das ist jetzt gerade ein bisschen schwer, hier nochmal eben schnell nachzulegen. Ein. War kein Fall, würde ich das. Ja, bei der Lieblingswaffe. Oh, Gott. Der Bull. Bei der Lieblingswaffe ist der Bull und ich weiß, wie zu benutzen. Das ist meine Lieblingswaffe, mal ganz nebenbei, ja. Leer hier die Armbrust? Ach so. Nö. Die Armbrust. Ich liebe die Armbrust. Das ist was für Loser von Walking Dead und so. Echt, ne? Das finde ich total geil. Das ist... Alter Schwede. Ja, Toasty ist leider rausgeflogen und er kann wohl auch irgendwie nicht nachjoinen. Uns fehlt hier auch definitiv ein Mann. Dina, Dina ist hier... Ist hier quasi ein, äh, ein... Wo seid ihr eigentlich alle? Die sind hier hinten. Die sind alle zusammen. Das ist gut. Ich bin bei Dr. Gringold. Wir halten, wir halten Händchen und singen Kumbaya. Boah. Du hattest da übrigens, äh... Mit Bauch und Stimmung. Komm, 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 komm. Oh! Was sah ja geil aus. Guck'n dein Feuer, hat er gesagt. Schließt du das nicht? Ich verstehe hier gar nichts mehr. What do we have? What do we have? Ein kleines bisschen Extrasicherheit. Hm. Ein kleines bisschen Extrasicherheit. Hm. Wie sehr glaube ich das? Und da kann man gar nicht nachsteunen. Alter, stellte sich direkt vor den Verbandskasten. Ich fülle Föhn, ey. Wo kommen sie dann alle? Hä, was? Alter, jetzt steht er hier schon... Direkt am Start. Da ist er Bullen. Ah, hau ab. Man kann sich auf gar nichts konzentrieren, weil ständig irgendwo einer am rumnerven. Das ist voll blöd. Ich verstehe dein Problem nicht. Ja. Oh, da wird's gerade voll, da hinten. Falls du Lust hast, könnte ich dich da hinten erklären. Alter. Zeit zum Nachladen. Da dauert schon wieder so ne fette... Aaaaaaah. Oh Gott. Vor allem hängt die jetzt da vorne direkt dran, ey. Verarschend. What's your fucking aim, Alter. Uuuuh. Alter, wie viele kommen denn da noch? Ja, dann fahren sie weiter. Du hilfst hier mal ganz kurz ein bisschen mit, dann kann ich um einmal Money holen gehen. Pull, pull. Ja, das hilft nix. Wo? Äh, nördlich. Ich brauche Money. Erreiche den Hubschrauber. Erreiche den Hubschrauber. Erreiche den Hubschrauber. Das ist hilfreich, wenn das alle gleichzeitig machen. Ich komme nicht hoch. Ne, wir müssen nur auf die Treppe hier. Ich dachte, das ist... Ich dachte, der Schwede. Ja, alter Schwede. Überleg mal. Ne, wir haben länger, ne? Wir haben dreiviertel Jahre, haben wir nicht gespielt, oder? Bestimmt. Dafür schlagen wir uns gar nicht so schlecht. Dafür, dass uns jetzt auch noch Toasty gefehlt hat. Bist du noch da, Toasty? Ja. Ja, ich bin noch da. Einen kriegen wir ja wohl noch, oder? Ja. Tyonda, der schlechteste Killer. Tyonda, der schlechteste Hilfeleister. Tyonda, der schlechteste Spezikiller. Tyonda, der schlechteste Schlitzer. Ne, das kann ich nicht sagen. Da stimmt irgendwas mit dem Spiel nicht. Guckt euch das nicht an, Leute. Das ist nicht so richtig gut. Am wenigsten Schaden erlitten. Tyonda. Was hat ein Auge, zwei Daumen und das ist der Beste? Mhm. Tada.